Wir sind in der Stiftskirche in Tübingen und ich habe heute vor, ein Porträt zu machen mit einem der renommiertesten süddeutschen Pianisten, Patrick Bebel. Ja, Deutschland, Deutschland kann man schon sagen. Europaweit renommiertesten, weltweit renommiertesten Pianisten. Und wir machen ein Porträt, aber wir machen kein normales Porträt. Ich möchte nämlich die Dynamik und die Energie, die immer rüberkommt, wenn man seine Konzerte schaut, in einem Bild einfangen. Das ist die Idee. Und ja, ich freue mich drauf. Wir legen jetzt gleich mal los. Thank you. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.